Haben Sie etwas zu sagen? Oswald Daines verbringt seine letzten wenigen Augenblicke auf dieser Erde. Unsterblichkeit. Ein Menschheitstraum. In meiner Brust steckt eine Eisenstange. Ich war tot, dann war ich nicht. Seit 22.36 Uhr. Realität. Weltweit. 24 Stunden und kein einziger Toter. Keiner ist an Altersschwäche, einer Krankheit oder einer Verletzung gestorben. Das Büro des Gouverneurs lässt heute Oswald Daines auf Bewährung frei. Das Wunder ist einfach passiert und wir alle sind dadurch verändert worden. Miracle Day. Miracle Day. So wird es mittlerweile gehen. Miracle Day. Schon mal was gehört von Torchwood, Captain Jack Harkness und Gwen Cooper? Runter! Captain Jack Harkness. Schön, dass wir uns kennen. Und was hat Torchwood mit der Sache zu tun? Keine Ahnung. Da besteht irgendwie eine Verbindung, oder? Verstehst du nicht? Während die ganze Welt unsterblich wird. Werde ich sterblich? Ich bin wieder normal. Die größte Bevölkerungsexplosion aller Zeiten. Wir dürfen nicht mal von Versuch der Mord sprechen, weil Mord unmöglich geworden ist. Das ganze System bricht zusammen. Okay. Überlegen wir uns einen Plan? Oder ist das nur die amerikanische Methode? Als die Zivilisation auf dem Prüfstand steht, beginnt für ein Thema aus Spezialisten die Jagd nach der Wahrheit. Und das Unglaubliche an dem Wunder ist nicht etwa, dass niemand mehr stirbt. Das Unglaubliche ist, dass alle Menschen gleichzeitig unsterblich geworden sind. Wer kann sowas? Niemand auf dieser Erde. Wer immer die sind, sie sind gut und auf uns vorbereitet. Die sind bereit für das Wunder. Die vierte Staffel der erfolgreichen britischen Science-Fiction-Serie. Torchwood Miracle Day. Nur bei RTL 2.